Hi! Sie sollte mindestens zwölf Stunden schlafen. Na, haben wir Nachtschichtarbeiter unter uns? Vielleicht schuldet er ihnen ja Geld. Das passiert, wenn man sich mit einem Typen namens Cäsar anlegt. Was ist denn, Frau? Ich habe nichts zu sehen. Was ist denn, Frau? Ich habe nichts zu tun. Ich kann nicht mehr. Gäste! Wer ist denn, Frau? Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ein schlechter Paketbote, ein mittelmäßiger Basketballspieler und ein untalentierter Fußballer. So deutet man taktvoll an, dass es an der Zeit ist, das Gespräch zu beenden. Die war und ich ihn von den anderen Heuten flipen und ich stellte es gerne. Und das war mit mir und ich nicht. Wenn ich nochmal kurz cutte, wie war es. Ich bin der Mann mit der Whispern für die Schlüsper, ich bin der Mann mit dem Mann mit dem Mann, ich bin der Mann mit der Religion. Es kam zwei Jahre lang, ich habe mir das Gefühl, Dieser Hund macht den Gästen persönlich die Tür auf. Dieser Mann akzeptiert keine Einwände. Er hat in einer Stunde ein Date. Zeit für das Spiel. Der Boden ist Öl. Kurz zum Tagesablauf von Introvertierten im Lieferservice. Niemand auf der Welt sieht an einem Tag so viele überraschte Gesichter wie Sie. Gib uns ein Like, wenn du es nicht sofort bemerkt hast. Eine Anleitung, wie man nicht mit einem Anhänger umgehen sollte. Dafür hat er nicht vergessen, die Handbremse zu ziehen. Wie man nicht mit einem Anhänger umgehen kann. Wenn die Serie How I Met Your Mother in Asien gedreht worden wäre. Sie hat dieses Leben viel früher verstanden als jeder von uns. Ein Video zur Unterstützung all der Unglücklichen, die schon mal einen Haarschnitt von einem Praktikanten bekommen haben. Jetzt werden diese lieben Damen wissen, wofür es Sicherheitsgurte gibt. Wenn der Film Ghost Rider ein Budget von einem Dollar hätte. Diese Katze ist nicht zufällig irgendwohin hereingestolpert. Sie kam direkt in die Tierklinik und fiel dem Manager sofort unter die Füße. Es stellte sich heraus, dass das Tier schwer erkrankt war. Zum Glück wurde die Katze noch rechtzeitig operiert und hat sich vollständig erholt. Interessant, woher sie wusste, dass es der richtige Ort war, um nach Hilfe zu suchen. Der Ladenbesitzer konnte sich nicht erklären, warum er sein Geld nicht bekam. Bis er sah, dass dieser Bursche den QR-Code für die Bezahlung austauschte. Diese beiden Hunde sind wie ein Engel und ein Dämon. Entweder wird diese Familie umziehen müssen. Oder du findest eine vernünftige Erklärung dafür. Zumindest wurde es nicht durch eine Nachricht auf ihrem Handy abgelenkt. Dieser Hund beißt nicht. Er tut auf eine andere Art und Weise weh. Stell dir vor, du gehst raus und dein Motorroller ist weg. Du beschließt dir die Aufnahmen dieses gewagten Diebstahls anzuschauen und siehst das hier. Der Motorroller ist weg. Das Wichtigste in einer Familie ist das gegenseitige Verständnis. Jetzt lernen wir kleine, aber rührende Überraschungen zu machen. Anywhere you say, Anywhere you say, Anywhere. Anywhere you say, 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 Anywhere you Wenn an einem Ende der Welt ein guter Junge alles auf einmal bekommt, bekommt der andere überhaupt nichts. Das Universum deutet dir an, dass es Zeit ist, einen Tag freizunehmen. Der Rasen ist Zeuge dafür, dass sie nicht zum ersten Mal so weit herausfährt. Sieht so aus, als müssten wir Anatoli hierher holen. Nächstes Mal wird er nicht mehr so sehr mit seinem Handy angeben. Eine typische Freundin mit Kindern, wenn man sie besuchen kommt. Da hat wohl jemand ein paar Sandwiches zu viel bestellt. Oh no! Ikea Haie sind längst nicht mehr in, doch hier scheint jemand auf Klassik zu stehen. Der letzte Shot war eindeutig zu viel. Wenn die beste Freundin die gleichen Schuhe gekauft hat und man nun die ganze Welt hasst. Schuhe und Schuhe Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Größte gewinnen und Schuhe Der dritte Schuhe Die waren mit dem Schuhe Verbrechen Untertitelung des ZDF, 2020